Nein! Ich gehe kein Flugzeug irgendwo hinlassen, sondern ich mache etwas, das ungefähr gleich wichtig ist. In meinem Herzen sogar noch wichtiger. Ich gehe klasse herstellen. Jetzt wird es technisch. In der neuen Sendung «De Engfing» entdeckt Gülscher grosse Maschinen, geht in Fabriken und zeigt dir die spannende Welt der Ingenieurinnen und Ingenieure. Was passiert ganz genau hinter mir? Das ist eigentlich eine gute Frage an dich. Schalt ein bei der «De Engfing» und gewinn im interaktiven Quiz bis zu 500 Franken in Bar. Abend am 28. August, jeden Donnerstag um 06.00 Uhr und um 09.00 Uhr auf die Choice. «De Engfing» wird präsentiert von «De Engfing» weil die Schweiz mehr Ingenieurinnen und Ingenieure braucht.